Ferrari oder Lamborghini? FIFA oder Fortnite? Asjraf Hakimi, der Spieler von BVB, ist heute hier bei uns auf dem Rasen im Kanal. Und wir haben ein ganz besonderes Video. Denn wir stellen heute den neuen Adidas Mutator Pack vor. Wir tragen schon den Schuh. Das ist der X. Das ist der Coppa. Und dazu spielen wir noch eine Fußball-Challenge. Wir spielen Fußball-Golf. Are you ready? I'm prepared. I'm prepared. Okay, dann werde ich mal sagen, let's go! Hakimi zu spielen. Ich durfte auch ein Entweder-Oder-Interview mit ihm führen und ihn bei seinem Adidas-Dreh begleiten und unterstützen. Also bleibt bis zum Ende dran, Freunde! Jetzt spielen wir aber noch ein ganz kurzes Spiel. Entweder-Oder mit Asjraf. Asjraf ist sehr einfach. Du hast zwei Optionen. Aber du kannst eine, okay? Okay. Perfekt, okay. Ich werde beginnen. Das ist aber schön, oder? Das ist schwierig. Das ist schwierig. Typ. Also die zwei Optionen. Perfect. Adidas Ex oder Adidas Coppa? Adidas Ex. Ich habe die Coppa. Ferrari oder Lamborghini? Lamborghini. Das ist richtig. sehr gut, Paella oder Couscous? Couscous Couscous mit Marguerz Prefieres wie als Atacant oder Defensor? Das ist auch gut Ich mag als Atacant Aber ich auch aber immer als Mediocampo-Defensor Ja, Defensiv Joges wo man braucht Und wo man braucht Und wo man braucht Wo man braucht man, wo man braucht Ich muss mich auf der Dereche Ich fühle mich gut Ich fühle mich auf der Dereche Wenn du eine Dereche Wenn du eine Dereche Ich habe eine Dereche, aber ich habe keine Probleme Desperte früh und schaufe Ich schaufe früh Ich schaufe früh Ich auch Wer ist das schwer zu spielen? Jómez oder Ramos? Die beiden sind sehr gut Fuerde, physisch Es schwer zu übern Marrakesh oder Maldives? Marrakesh oder Maldives Differente, einer hat eine Playa und der andere nicht Einer hat eine Fiesta und der andere nicht Ja, das stimmt Es gibt es Es gibt es eine Maldives, tranquille Maldives FIFA oder Fortnite? Wow Ich bin sehr gut bei den beiden Und jetzt FIFA Okay Perfekt Und die letzte Hip-Hop oder Reggaeton? Wow Reggaeton Perfekt Wir beginnen mit der Challenge Good luck Good luck Good luck Ich werde auch gewinnen Okay 1, 2, 3 Pa Du im Perso? Nein, du im Perso Du im Perso Der Druck ist auf Hakebi, Freunde Die Pression ist auf deinem Seite Okay, ich mag die Pression Du im Perso Ja, start Oh, Buena Buena Guter Schlag Guter Schlag Jetzt bin ich dran Okay Okay 12 Sekunden später Okay, Freunde, die Bälle sind mehr oder weniger auf der Seite Sie sind sehr nahe Sie sind in der gleichen Linie Das ist mir Ja, du, okay Okay, jetzt Warte Ah, okay Hat ja gut gemacht, der Boy Hat ja gut gemacht Jetzt ist wieder mein Ball dran Gucken wir mal Nein, 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 nein Ist gut Okay Wird Hakebi das jetzt sofort versuchen Und dann Okay Okay, was attentat? Direkt? Oder ein bisschen näher? Äh... Tänne kreber Tänne kreber, okay Der weiß noch nicht Er polkert noch Okay, smart Smart Good one Muy esperto, ne? Bisschen näher Komm, guck mal Jetzt hat er Genau Jetzt habe ich den Druck Weil wenn ich ihn nicht treffe Trüfft er den Nächsten Dai So ist die Chance Das ist ne? Ja, das ist eine Chance Ja, das ist ein paar Kluggeräte Ach, ich weiß, ich weiß Ja, ich weiß AT Nein 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 Jetzt habe ich die Chance Aber Moment Moment Jetzt Okay Alles gut. Ja, Mann! Jetzt ist es meine Möglichkeit. Nein, 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 nein. Jetzt ist es. Ich war so nah, Mann. Jetzt bin ich auf die Hände. Jetzt bin ich auf die Hände. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Es hat sich nicht zu verhören. Ihr seht, das ist ein hin und her, Hakim. Ich betle und... Nein, nein. Das ist das, was ich wollte, das ist die Möglichkeit für dich. Jetzt, Freunde, mit Ansage. Es kommt der letzte Ball. Nein! Ich kann es nicht glauben. Bro! Nope! Hermann, wir haben einen Sieger. Aschraf hat gewonnen. Aber Hermann, das war sehr gut. Du hast gesagt, ich werde dich gewinnen. Das stimmt. Der hat es angekündigt. Freunde. Aschraf, vielen Dank, Hermann. Vergesst nicht, bei Adidas vorbeizuschauen. Auch nochmal vielen Dank an Adidas für dieses tolle Video. Aschraf, buena suerte. Okay? Alles gut, Hermann. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Freunde, Aschraf hat euch noch was zu sagen. Abonnieren und liken. So ist das. Let's go. Auf Hakimi. Hast du ein Assist in deinem Leben? Fühlt sich das an? Offizieller Assist. Fühlt sich gut an. Selbstverständlich musste ich zeigen, warum ich kein Profi geworden bin. Ich hatte nur einen Job, Hakimi den Ball in den Fuß zu spielen. Ich habe es nicht mehr hinbekommen. Aber trotzdem hat Hakimi es mit Humor genommen. Bester Mann. Dafür hat es dann im dritten Anlauf perfekt geklappt. Der Pass kam perfekt an. Hakimi dribbelt um die Hütchen. Guck mal, wie geil der gedribbelt. Torabschluss. Bam. Unten links ins Eck. Und sein Torjubel. Das ist der Unterschied zwischen einem YouTuber und einem echten Profi. Der echte Profi trifft auf Anhieb in den Winkel ohne Wenn und Aber. Der YouTuber hätte wahrscheinlich 20 Versuche gebraucht. Deswegen haben wir es erst gar nicht versucht. Heftiger Schuss. Kann man nicht sagen. Auch hatte ich die Ehre, dem BVB, Youngster und argentinischen Nationalspieler Leonardo Balerdi bei seinem Dreh zu unterstützen, wie ihr sehen könnt. Da muss ich zwar nur den Ball auf seine Brust werfen und wieder zurück. Naja, die Annahme war jetzt nicht so gut. Aber wir haben auch viel rumgealbert auf Spanisch. Richtig cooler Typ. Ich hoffe, dass aus ihm noch ein großer Spieler wird. Und Freunde, da wollte der Fotograf, dass wir diagonale Bälle spielen. Das war ein fataler Fehler. Denn beim ersten Ball ging es noch gut. Der Ball flieht hoch. Leonardo nimmt ihn perfekt an. Spielt ihn wieder zurück. Beim zweiten Ball, da wurde es ein bisschen knapper. Der Ball kam trotzdem gut an. Leonardo hat so eine krasse Technik. Selbst als Abwehrspieler spielt ihn auch zurück. Flach. Ich nehme ihn an. Und beim dritten Versuch. Oh mein Gott. Der arme Fotograf musste fast dran glauben. Guckt mal, wie knapp der Ball da vorbei fliegt. Freunde, ich glaube selber nicht. Guckt euch mal meinen Gesichtsausdruck an. Aber Humle lobt noch meine Annahme. Boah, schöner Tatsch. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Hakimi bedanken. Richtig cool, dass er dieses Video mit mir gedreht hat. Wie auch bei Adidas, die das überhaupt erst möglich gemacht haben. Geile Aktion. Und natürlich auch bei meinem Habibi Humle. Der hat die ganze Zeit die Kamera geführt, das ganze gedreht. Ehrenaktion. Nichts, dass da ganz 있게 geht. Ich bin in der Kamera. Willie.